jo leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft heute mit dabei der liebe travelmaker travelmaker ja irgendwo ist ja guten tag okay erst mal möchte okay er darf nämlich aussuchen was wir spielen und teams verboten ist das auf jeden fall wert als t das natürlich immer gesuchtet gerne da wir jetzt auch noch ein teams verboten steinschwert hat echt dann hast du schon mal ein besseres schwert als ich aber ich glaube das darf man sich gar nicht sagen ich bin auch her ja also wir machen nämlich direkt im anschluss hardcore backwalls jetzt auf meinem kanal ok 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 ist ganz in ordnung so ist aber trotzdem nicht gut der troublemaker hallo der troublemaker kannst du mich mal bitte nicht schlagen teams sind aber verboten insofern ich habe zwei kids gemacht die ja post verleitet der mich dann aber verhittet hat aber ich habe zwei herzen ich habe auch ein bogen aber keine pfeile ich habe sogar kam zu papa papa aneider da hau ich lieber ab der hat eisenbrust kann ich nicht mal jetzt sterben einfach ich will besser sein als du jetzt bin ich sowieso schon weil ich länger als du überlebt habe aber ich habe schon eine epische feite und renne mich nur weg ja ich habe auch schon angefangen zu feiten aber ich will noch mal irgendwas besseres hier haben zum beispiel eine helme und dann gehe ich auch wirklich in fein rein aber ohne helme macht jetzt nix ohne helme lauf ich weg das ist ja nicht so ganz mein ding nö meins auch nicht aber deswegen muss man das hier üben ich habe zwei stein schwerter schon das ist da ein eisenschwerter und nur ein stay ja ich höre die auch noch ganz gut ist alles in ordnung eigentlich ja ich wollte nur mal gucken ob das die ist schon gelootet worden die kiste dann ist die wahrscheinlich auch schon leer oh nein nicht aber habe ich schon alles ein bisschen deathmatch na komm der hat hier muss panzer und eisenschwert man hat mit steinschwert wirklich sehr wohl der mussten eisenschwert haben es gibt mir als es gibt doch mindestens ein eisenschwert und ich habe es nicht also muss er es wohl haben lauf nicht vorhin weg das zieht dir so mit dem bogen rein gleich ja komm ja tos sei doch ja 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 ich habe eisenschwert ja ich hatte eben auch ein eisenschwert jetzt nicht ja was ja kacke kacke lauf alles klar wie es bei mir leckt alter hier ist grad ja hinter mir war auch irgendwie was los gerade aber bei mir leckt ist so derbe jetzt gerade ja komm ich mir schon wieder mann ich hätte meine maus unterlage dann mitnehmen sollen die unterlage die ich hier hab ist richtig scheiße Ich habe richtig viele Folgen aufgenommen, schon gestern und so, aber es bringt einfach nichts. Ich habe so eine scheiß Mausunterlage, da kann man einfach die Maus, man dreht sich, ohne dass man die Maus irgendwie anfasst sogar. Das ist so kack an dieser Unterlage. Deshalb kann ich mich meistens nicht drehen, wenn ich irgendwie was schlagen will oder sowas. Pass auf, der Maulkopf ist gut. Der ist am Heck und ohne Ende. Ich bin schon lange tot. Ich warte drauf, dass du endlich mal eine neue Runde anmachst hier. Dann gehen wir hier in den Team-Room rein. Ich glaube, das wird eine Uncut-Runde. Ja, weil du kannst halt diese drei Sekunden nicht immer rausschneiden. Ja, nein, das auch, aber die Stellen, wo ich sterbe und sowas, da ist halt ins Prinzip nicht so spannend, aber ich sage da halt Sachen, die ich persönlich jetzt leicht wichtig finde schon, die man halt wissen, alles klar. Man hat Wissen, alles klar. Ja, also, ja, alles klar, FPS und sowas. 25 FPS. Das will mich doch jetzt nicht flicken. Nee, das wollte ich schon machen vorhin, aber hast du mir dann doch nicht erlaubt. Das fand ich übrigens nicht in Ordnung. Nein, nein, ich will den Kill haben, ich will den Kill haben, ich will den Kill haben. Nochmal. Nein, nein. Okay, lass einfach aneinander vorbeilaufen. Lol, ich habe den Eisenbrustpanzer in der Kiste vergessen. Fuck, fuck, dicker, was hat der denn für eine Range? Ich habe den Eisenbrustpanzer in der Kiste liegen lassen, Mann, wie scheiße ist das denn? So blöd kann auch bloß ich sein. Ja. Och, und die Mausunterlage ist immer noch die schlechteste, die es gibt, ey, das ist so kacke. Ich kann dir eigentlich kaum was machen, weil es halt so richtig laggt. Zack, der wurde auch reportet, weil deine Range von 8 Blöcken hatte. Normal, hallo, was meinst du, was ich hier habe? Ja, ja, bist du Fan? Ich lebe noch, falls du das wissen wolltest. Ja. Ah, aber nicht mal lange. Lauf nicht. Ich habe keine Waffe und die Typen sind... Ich kämpfe wie ein Mann. Kämpfe wie ein Mann. Einfach hinstellen und schütteln lassen. So, von... Also, wer wollt, dass der Trollmaker rausgeht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann versuche ich ihn mal irgendwie rauszulassen aus meinen Videos. Wenn ihr meint, er nervt, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich werde es aber nicht berücksichtigen. Aber wenn ihr meint, ich soll ihn mal trolen oder sowas. Real-Life-Prank, wenn er damit einverstanden ist, kann ich auch mal machen. Bin ich zwar nicht so gut drin, aber ich habe da schon eine Idee, was ich machen könnte. Bei nächster Zeit. Ja, wenn ihr nichts verpasst, lasst ein Abo, da würde ich sagen. Outreile, Leute. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.